Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Ghostbukun 2, Advanced Warfighter, Folge 23. Eventuell unter Ihnen. Koordinaten auf Ihrem Hut. Sie müssen hin. Okay Scott, es wird nicht einfach das Primärziel zu erreichen. Zu viele Feinde in dem Sektor. Ich versuche Fernunterstützung aufzutreiben. Vorrücken. Boden, hier Levelbird. Wir sind vor Ort. Captain? Captain? Captain! Hey, wir müssen das Fahrzeug verstören! Feindfahrzeug nähert dich! Ghost Leader! Ja, Captain? Verstanden wohl! Ghost Leader! Brauche ein Scharfschützen! Such den Bereich auf Gegner! Ich habe hier kein Ziel! Kein Ziel! Die hat hier! Ich gehe entdecken! Ghost Leader! Abrams hat Ziel erfasst! Kann von hier nicht schießen! Wir wissen, dass wir die Zieler haben! Ziel auf Boden! Abrams hat das Ziel neutralisiert! Los geht's! Ghost Leader! Los, Bewegung! Stopp! Wir haben Kontakt! Er ist allein! Bei dem Schutt! Wir haben hier nicht schießen, Captain! Muss weg! Verstanden, Boden! Warten auf Befehle, Captain! Weitere Gegner im Bereich! Vorrücken! Boden! Little Bird hat das Ziel neutralisiert! Little Bird hier in Ordnung! Wir haben hier nicht schießen! Wir müssen weg! Warten auf Befehle! Weitere Gegner mehr da, Captain! Boden! Little Bird hat das Ziel neutralisiert! Wir halten! Vorwärts! Ingen Position! Ghost Leader! Wir haben keine Ziele mehr! Los geht's! Feindverkehr! Los! Bewegung! Süden! Ghost Leader! Feindverkehr! Steh noch! Ich werde angegriffen! Fahrzeug gesichtet! Captain, stehe unter starkem Feuer! Lidobot an Boden. Ziel ist erledigt. Anfall hier nicht schießen. Wir müssen weg. Ich werde beschaffen. Lidobot! Los, Lidobot! Ein Fahrzeug gesichtet. Kapitän, brauche ein Scharfschützen. Alles klar. Ein Fahrzeug näher sich. Wir, wir, ich gehe in Deckung. Ich schieße. Los geht's. Los! So, jetzt sind wir schon hier. Ein von hier nicht schießen, Käpt'n muss weg. Ab ihn am Arsch. Ach, das... Ach. Ich sehe eine Panzerfaust. Käpt'n stehe unter starkem Feuer. Lidobot hier, Käpt'n zieh erfasst. Wir haben Panzerfaust in der Nähe gesichtet. Wir haben Panzerfaust in der Nähe gesichtet. Unterfeuern! Ich bin getroffen! Gute Arbeit, Bravo! Bleiben Sie am Ball! Little Bird hier! Ziel erpasst! Ha! Vorwärts! Los geht's! Ja, Captain? Little Bird hier! Ziel erpasst! Stoßglieder! Der Sprengkopf! General! De La Barrera ist entkommen! Der Tunnel führt nach oben! Er ist im Gebäudekomplex über uns! Wir kämpfen jetzt gegen Söldner! Wer zum Teufel sind die? Was ist mit dem Sprengkopf? Haben Sie den Sprengkopf? Negativ! Kein Paket, General! De La Barrera hat ihn noch! Bravo! Position halten! Auf Mitchell warten und Bereich säubern! Captain Mitchell, ich brauche den letzten Sprengkopf! Erreichen Sie den Black Hawk und sichern Sie das Gebäude! Die Zeit wird knapp! Holen Sie das Ding! Los! Unter Feuer! Ich bin getroffen! Captain? Little Bird hier! Ziel erpasst! Okay! Los geht's! Los! Los, Bewegung! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Weißliche Gewehrkampferrascher, bei den Lastpafen. Drücke! Zürich, das Ziel raschisiert. Dort, bei den Rühlanlagen. Mach ihn am Arsch. Alle jetzt nach. Schlechte Position, muss weg. Gegner, nicht nachlassen. Schlechte switchen. Verhauen noch. Wo ist es? Einfach hier nicht schießen, wir müssen weg. Macht noch Befehle! Verstanden, Bod. G Fisher! Einfach hier nicht schießen, Kapt. Muss weg. Macht noch Befehle, Kapt. Feuer! Ja! Dort bei dem Kiosk! Doch zwei! Nein, drei! Ich sehe drei! Kann von hier nicht schießen, Captain! Muss weg! Warte auf Befehle, Captain! Es kommt noch mehr! Los! Little Bart am Boden! Ziel ist erledigt! Kann von hier nicht schießen, Captain! Muss weg! Warte auf Befehle, Captain! Ja, Sir! Alles klar! It goes leader! Abrams hat Ziel erfasst! Kein klars Ziel von hier! Muss weg! Warte auf Befehle! Hab kein Ziel! Kann ich weg von hier? Warte auf Befehle, Captain! Gegner! Nicht nachlassen! Captain! Little Bart hier! In Ordnung! Die Position ist schlecht! Wir müssen weg hier aufbeschießen! Warten auf Befehle! Wir werden immer mehr! Los geht's! Captain, vorwärts! ... und müssen wegALK hinwerfen! Wrap uns! Once! Wir müssen wegkommen! Ich bin DFAT hier! In Ordnung! Jetzt bist du uns hier. Sicher sie den Berg wehren. Bravo, den sechsten, entspannenden Kopf. So. Nicht so, so geht das. So. Ja, das ist ein Luftschlag. Ja, das ist ein Luftschlag. Also das ist jetzt doch wirklich frei und. Markieren Sie die Ziele vom Blackhawk aus für die Fernunterstützung. Falls wir diese Männer verlieren, ist die Sache gelaufen. Verstanden? Wiederholen, halten Sie die schweren Panzer auf. Der Konvoi muss durchkommen. Kronen, Fernunterstützung ist online. Sind bereit. Fernunterstützung hat ein Ziel ausgemacht. Warte auf Ihr Zeichenboden. Ja! Sie haben ihn, Sir! Kapitän an Luft! Sie haben grünes Licht! Ich laden Sie uns. Wer hat das jetzt noch mit der Rassel gebraucht? Fernunterstützung, Ende! Okay! Der Bereich ist zauber. Jetzt holen wir die im Gebäude! Dann können unsere Männer rein! Gute Arbeit, Sir! Ja, mach ich doch nicht. Das macht am meisten Spaß. Gute Arbeit, Sir! Wie ist die Lage bei Ihnen? Keine Änderung, Sir! Negativ, was der La Barrera und den Sprengkopf angeht! Das ist inakzeptabel! Ich will den Sprengkopf! Sir, Sie dürfen nicht lockerlassen! Feuer! Ja! Sie haben ihn, Sir! Alter! Schiach! General, wir haben Sichtkontakt zu Della Barrera. Er ist an Worte des Herbockts, der gerade startet. Gleich weiter in Sicht. Mit die Zähler darf nicht entkommen. Wir brauchen den Springkopf. Halten Sie sich fest! Ich warte aus! Ich habe keine Antwort. General, der VIP ist getroffen! Kampel 2 abgeschlossen, er ist. Kampel 2 abgeschlossen, niedrig er ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Gute Arbeit, Mitschen! Ich möchte gar nicht wissen, wo wir jetzt ohne Sie wären. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben die Absturbsstelle gescannt. La Barreras Leiche ist da, aber kein Sprengkopf. Ich wiederhole, der Sprengkopf ist in der Hand der Söldner. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Infos, dass Sie den Sprengkopf in die USA schaffen wollen. Ihr Ziel? Der Caballo Butterdam in Texas. Sie müssen dorthin mitscheln. Holen Sie diesen Sprengkopf. Dort leben über 5 Millionen Menschen. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, welchen Schaden so ein Nuklearsprengkopf anrichtet. Black Hawk 9 war selbst ein. Black Hawk 9 erreicht jetzt US-Staatsgebiet und nähert sich dem Absetzpunkt. Drüller Tag. El Paso, Downtown, 8.15.3 Okay, Scott, Showtime! Hol den Sprengkopf und wir können nach Hause! Operation Adler Klauer, möglicher ABC, Kontinuation von US-Gebiet, Alarmschub, Defcon 2. Sie sind aufgeflogen! Gegner leeren sich! Es stellt Ihnen Männer zur Verfügung! Vereinigen Sie sich ungeheuernd mit Ihnen! Gegner, rechnen Sie mit Söldnern, schwer bewaffnet, Schlachtfeld offen, vorstattlich, gute Sicht, verschiedenes Einsatz auf US-Boden, Fahrzeuger versuchen möglicherweise zu entkommen, neue Auslösung verfügbar, M1014, Strotgewehr, eine mächtige Sekundärwahl für den Nahkampf. So in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten. Das war's für diese Folge, bis zur nächsten Folge, Tschüss, bis dann! Das war's für diese Folge, bis dann! Sie sind Sie sind Vielen Dank.